Herzlich Willkommen zum OSM-Quiz bei der diesjährigen Foskis 2019 in Dresden. Und auch dieses OSM-Quiz steht wieder unter dem Motto, schlag den Nakana. Wir haben es letztes Jahr mit einem Team versucht, das gegen den Nakana angetreten ist. Es ist uns wieder mal nicht gelungen. Kann der Nakana dieses Jahr entthront werden? Die Moderation übernimmt Pascal Neiss. Viel Spaß! Auch ein herzliches Willkommen von mir. Ganz kurz, wir spielen heute nicht das normale OSM-Quiz, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben, sondern wir spielen dieses Jahr OSM Jeopardy. Vielleicht in einer Minute kurz versucht, von mir zu erklären, euch zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Also ich habe das Spiel vor zehn Minuten selbst erklärt bekommen. Also wir haben unterschiedliche Kategorien in unterschiedlicher Schwierigkeitsgrad von oben nach unten. Das Ganze wird so sein, der Zufallsgenerator, das bin ich. Ich suche irgendeine Farbe aus. Derjenige darf sich dann eine Rubrik auswählen und eine Zahl. Und anschließend wird ein Begriff dargestellt oder ein Bild oder was auch immer. Und die Besonderheit ist, dass die Antwort auf das, was wir sehen, als Frage gestellt werden muss. Und je nachdem, wie gut die Frage dann gestellt ist, darf der Zufallsgenerator entscheiden, ob es richtig oder falsch ist. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und der Zufallsgenerator... Achso, stellt euch doch nochmal kurz vor, bitte. Hallo allerseits, ich bin der Thomas. Ich bin der Nakana. Ich bin der lokale U-Bahn-Verleih. Und das wenn. Alles klar, vielen Dank. Ich würde einfach mal sagen, der Zufallsgenerator hat die Farbe Grün ausgewählt. Und Grün darf sich jetzt eine Rubrik und eine Zahl auswählen. Ich nehme mal Apps für 100. Was ist JOSM? Was ist JOSM? Richtig. Ich würde ja behaupten, die Frage wäre gewesen, wie sieht das Icon von JOSM aus, oder? Ich wollte jetzt mal als Anfang einfach mal sagen, das ist okay so, es war nicht der Michael und... Wir vergeben einen Punkt. Achso, und gelb darf jetzt die nächste Rubrik sich aussuchen. Ich hätte gerne Firmenlogos für 400. Was ist das Logo von Skobbler? Das ist ebenfalls richtig. Gelb darf wieder, bitte. Dann hätte ich gerne Karten für 400. Das ist der Lirk-Stil. Da muss ich... Keine Frage. Das Publikum hat schon entsprechend reagiert. Ich muss leider sagen, das ist falsch. Was ist ein Kartenausschnitt aus dem Lirk-Stil? Richtig. Oh, ich darf ja weiter. Genau. Dann hätte ich gerne Karten für 300. Bin ich das? Wie sieht die Open Railway Map ohne Hintergrundlayer aus? Ich denke, das ist richtig, ja. Richtig. Dann nehme ich mal Firmenlogos für 300. Bitte, Michael. Was ist das Firmenlogo von Menz? Richtig. Und dann möchte ich jetzt Tag für 300. Was ist das Tag für einen Rettungspunkt? Äh, der Value für einen Rettungspunkt? Ich muss jetzt leider sagen, dass die Jury mich darauf hinweist, dass die Antwort erstmal nicht richtig ist. Genau, weil das ist falsch. Und ich erkläre jetzt auch nochmal, warum. Also die Idee hinter dieser Kategorie ist, dass ein Value angezeigt wird und ihr müsst eine Frage formulieren, wie das entsprechende, wie der Key ist von dem Ganzen. Ich hoffe, das hat etwas Klarheit reingebracht. Darf ich es nochmal versuchen? Weil es eine Ausnahme ist, weil ich es vorher vergessen habe, euch zu sagen. Da ist ein Schreibviertel erstmal drin, fällt mir jetzt gerade mal ein. Naja, also wie ist der falsche Schlüssel? Schlecht ausgewählt. Okay, wie lautet denn die Frage, Michael? Darf ich nur eine falsche Frage jetzt so stellen? Nein, mach mal bitte. Und ich soll jetzt hier den Key dazu sagen? Jupp. Highway. Highway. Michael, ich muss jetzt leider sagen. Was ist ein passender Value zu dem Key Highway? Ansonsten wäre es richtig gewesen, wenn nicht die Rechtschreibfehler da drin gewesen wären. Du darfst dir wieder eine Kategorie auswählen. Ich hätte gerne Firmenlogos für 500. Wie sieht das Firmenlogo von Harkon aus? Richtig. Ich hätte gerne GPS-Hardware für 200. Wie sieht ein Garmin e-Tracks der neueren Generation aus? Also 10, 20, nee, das ist die falsche Frage. Wie sieht ein Garmin GPS-Empfänger von Autobereich mit Touchscreen aus? Ich muss jetzt mal gerade den Notar fragen. Ich habe die Fragen nicht zusammengestellt. Nein, ist falsch. Andere Ideen aus der Runde? Das war Rubrik, könnt ihr mir gerade nochmal helfen? Also welcher Hersteller es ist, wisst ihr ja vielleicht, wenn mir jemand sagt, den Namen der Serie? Ich kenne nicht mal eine. Das ist ein Garmin, dann hört es auf. Was sagt die Oberjury? Das ist ein Neuen. Wir sind hilflos. Kleine Bedienungsschwierigkeiten bei der Jury. Brück mal. Ich will keine Punkte abgezogen bekommen. Okay. Nee. Ist die Software abgestürzt? Schnell, Körner neu kompilieren. Noch ein anderer. Ja. Wie sieht ein Garmin so aus? Ja, vielleicht laut. Jetzt hat er 200 Punkte gekriegt. Saurei. Geil, kriegt er abgezogen. Das haben die in der Software nicht eingebaut, dass jemand die Frage nicht beantworten kann. Du hattest eben, ach, such du dir eine aus. Nehme ich. Apps für 400, bitte. Wie sieht das Logo von StreetComplete aus? Du darfst dir noch eine neue Kategorie aussuchen. Tags für 200. Ich drück nicht, das ist bestimmt eine Fangfrage. Ja, was soll's, wenn es keiner macht. Was ist ein passender Value zu dem Key Highway? Das ist leider falsch. Was ist ein passender Value zu dem Key Junction? Das ist leider richtig. Du darfst dir eine neue Kategorie aussuchen, Michael. Ich hätte gerne Yosem Shortcuts für 300. Ich würde mal sagen, Windows- und Linux-Shortcuts. Ja, der Mac hat schon eine Shift-Taste. Echt, ich hab's Luck. Ich kenn bloß ähnliche Shortcuts. Ich versuch's einfach mal mit. Was ist der Shortcut zum Einlegen eines neuen Tags? Das ist laut meiner Liste leider falsch. Tut dieser Shortcut überhaupt was? Wenn sonst keiner von euch eine Idee hat, gebe ich euch einen Versuch, ich mach ein bisschen Hilfe zu geben. Es hat was mit einem Gebäude zu tun. Was ist das Shortcut für das Terraiser-Plugin? Das ist leider richtig. Michael. Also ich hab das anders konfiguriert bei mir. Yosem Shortcuts für 400, bitte. Was ist das Shortcut zum Aufrufen der History eines Objekts? Ich hätte gern Yosem Shortcuts für 200. Das hab ich schon mal gedrückt. Ist die bei dir auf dem Mac kaputt? Ja. Was ist die Tastenkombination oder die Taste, um zwei Nodes zu vereinigen? Leider richtig. Ja. Dann Yosem Shortcuts für 500. Ah. Echt? Ah. Sorry. Was ist das Shortcut zum Aufrufen des Tracer-Plugins? Hat keiner gemerkt, ne? Was ist das für ein Spiel, wo ich aufpassen muss, wenn es eine andere Antwort war? Apps für 300, bitte. Was ist das Icon von Maps.me? Apps für 200, bitte. Was ist das Icon von Cort? Richtig. Na dann machen wir mal vor. Apps für 500, bitte. Ah, verdammt. Das Blöde ist, ich kann mich nicht erinnern, wie die App hieß. Ich weiß es, ich weiß es. Es ist eine IOS-App, wo man Städte runterladen konnte. Drei, zwei, eins. City-Mapper, ne, heißt das nicht. Falsch. Was ist das Icon von Off-Maps hoch 2? Fast. Jetzt ist meine Lieblingskategorie, geh weg. Ich hätte gerne Firmenlogos für 200. Was ist das Icon von Mapbox? Das ist richtig. Dann hätte ich gerne Firmenlogos für 500, bitte. Was ist das Loco von Harkon? Wir hatten es schon mal, aber irgendwie scheint es da technische Probleme gegeben zu haben. Eines ist einfach Memory. Muss so. Lass mir was Neues aus, so Michael. Tag für 400, bitte. Was ist ein gültiger Value für den Key Emergency? Hut ab. Tag für 500. Was ist ein gültiges Value für den Key Leaf Cycle? Ach du Scheiße. Oh nein! Oh nein! Ach was! Naja, es ist ja kein Land-Use. Denkst du erst, dass Thomas vorne ist und dann holt er die ganzen 500er hier. Dann machen wir Karten für 500. Das ist hier mit dem Kontrast ganz schwierig zu erkennen. Das war bloß ein Ablenkmanöver. Dieser Font ist total hässlich. Dafür schon mal 200 Punkte. Habt ihr Ideen? Allein schon dieses Bahnhofs-Eigens, dass es es nur für die Parkeisenbahn gibt, das ist schon etwas seltsam. Vielleicht ist es die Parkeisenbahn-Map? Die gibt's nicht. Noch. Ich find's auch schwierig. Also ich kenn gar nicht die Garte. Hab irgendwelche Hinweise, Tipps? Ich könnte sagen, welche Stadt es ist. Guck mal, ich glaub, der Sven hat am wenigsten Punkte. Kennst du doch, oder? Kenn ich das. Drück. Drück, komm. Kriegst du Punkte. Ich kenn das nicht, man kann ja mal eine Frage stellen. Mach einfach, damit wir fertig werden. Naja. Tja, wer kennt diesen Stil? Was ist Meta-Gear? Richtig! Was ist Meta-Gear? Darfst du was aussuchen, Sven? Ich halte hier mal das Mikro. Ja, was nehm ich denn? Karten für 200, weil es gerade so lustig war. Ja, ich glaub das. Michael. Wie sieht das Overlay mit den Mapillary-Spuren aus? Ist richtig. Dann hätte ich jetzt gerne Tag für 100. Was ist ein gültiger Value für Cycle-Way? Ist richtig. Bei 100 hätte ich jetzt... Dann hätte ich jetzt gerne GPS-Hardware für 100. Die Kategorie lassen wir weg, Michael. Nimm bitte eins von den anderen dreien. Dann hätte ich jetzt gerne Chance um Shortcuts für 100. Das ist aber nicht so schwer, ne? Braucht ihr einen Hinweis? Hat was mit... Way-Auftrennen? Splitten? Was ist der Shortcut für Way-Auftreten? Ja, ich muss leider was richtigerweise sagen. Hätt's ne Frage formulieren müssen. Ich hab gedacht, das ist Drucken. Heißt natürlich aber auch, die Frage ist freigegeben, ne? Also... Oh, langsam. Leute, ihr schlaft. Ja, wir haben schon Sekt. Oder tun Bier. Was ist denn die Taste, um einen Way aufzuteilen? Das ist leider richtig. Lass dir was aufsuchen, Michael. Karten für 100, bitte. Was ist der OSM-Kartostil? Das ist leider falsch. Ach, ja, ich seh schon. Sven. Bitte denkt dran, eine Frage zu formulieren. Nicht? Ja, wie sieht der deutsche Kartenstil aus? Naja... Ich hab, glaub ich, Mapnik Deutschland rausgehört, ne? Das ist richtig. Das ist der deutsche Gartenstil. Du hast noch die Chance, ihn schnell umzubinden. Michael, du hast die... äh, Michael, Sven, du hast die freie Auswahl, Firmenlogos für 100. Ja, genau. Was ist das Logo von Cloud-Mate? Ist richtig. Cloud-Mate. Zählt das überhaupt noch? Die Firma macht doch nichts mehr mit OSM. Sag mal, da muss man die Chance, mit der Kategorie noch aufzufallen. Damit müssen wir leider feststellen, dass der Michael die erste Runde gewonnen hat. Können wir noch mal mit den gleichen Fragen? Wollen wir noch schnell probieren, die zweite Runde zu starten? Ich denke mal schon, oder? Komm, wir starten noch schnell die zweite Runde. Und dann notfalls werden wir unterbrochen, wenn wir um halber hier den Raum verlassen müssen. Ja, wenn wir die Runde-Talk-Quizrunde beenden müssen. Wollen wir Leute wechseln? Freiwillige vor, wer möchte mal eine Runde mitspielen? Wir könnten ja auch einfach unsere Punkte zusammenrechnen und dann... Also ich bin der Schlechteste, ich muss aussteigen. Nee, ich verschlechter. Du warst schlecht. Komm, wir spielen noch eine Runde. Sven, du darfst mir eine Kategorie auswählen. Ich darf mir eine Kategorie auswählen. Ja, machen wir mal Karten für 300. Ja, was ist die Reit- und Wanderkarte? Richtig! Wenn es so schön war, machen wir Karten für 200. Wie sieht eine ältere Version von OSM-Kartup bzw. dem OSM-Map-Nix-Stil aus vor der großen Straßenfarbe und Umstellung? Das ist leider falsch. Wie sieht der Labellose Map-Nix-Stil aus? Das ist richtig. Das sind neue... Ja, dann Karten für 400, weil du schon deinen Maustreier da hast. Wie sieht Mauer-Karte.de aus? Frühstück! Du darfst, glaube ich, aussuchen. Also, machen wir Karten für 100. Das ist doch eine widendliche Antwort, aber ich habe Angst. Ein übler Trick ist das. Ach, was soll's. Wie sieht die Open-C-Map aus? Das ist nicht Open-C-Map, das ist das andere. Das, was anders heißt? Das ist leider falsch. Ja, aber welches der beiden anderen? Wie sieht Freie Tone aus? Ja. Freie Tone, naja. Ich hätte gern Sotten für 200. Was war das Logo der State of the Map in Brüssel im Jahr 2016? Sogar mit Ja. Achso, ich kann noch bis vor der Michael etwas Neues aussuchen. Ganz kurz. In der Kategorie 2 steht ein Personennamen und dann soll die Frage gestellt werden, für was diese Personen bekannt sind. Bei der letzten Kategorie, bei dem OSMF, ist es auch so, dass Namen genannt werden und ihr sollt sagen, in welcher Gruppe diese Leute aktiv sind. Als kurze Erklärung. Tools 200 bitte. Mit welchem Tool kann man OSM-Daten in der Postgres-Datenbank importieren? Yep. Tools 300 bitte. Jetzt ist die Frage, geht es um OSMium-Tool oder LibOSMium? Aber was ist das Werkzeug, um auf der Kommandozeile OSM-Daten zu verarbeiten? OSM-PBF-Daten. Nee, das stimmt aber nicht. Ja, aber Postgres ist erst seit irgendwie zwei Wochen drin. Das kann nicht stimmen. Aber du weißt ja, das Wiki hat recht. Dann ist das Wiki up to date. Ist egal, du kriegst den Punkt trotzdem. Echt wahr. Dann hätte ich gerne Personen für 300. Wer ist der äußerst charmante Moderator dieser Sendung und Macher von zum Beispiel Tools wie How Did You Contribute? Das ist sogar das Richtige geraten. Richtig. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Vor allem der erste Teil. Okay, weil es so schön war Personen für 400. Wer ist für die Entwicklung von Regio-OSM-Daten, also der Straßenlistenauswertung bekannt? Das ist richtig. Personen 500 bitte. Ich muss gerade selbst nachlesen. Habt ihr Ideen? Achso, der Michael hat es schon gedrückt. Zieht mir die Punkte ab. Ich muss. Das nächste Jahr machen wir das dann mit Bildern von der Person. Gut, der Michael hat keine Idee. Kriegt er auf jeden Fall die Punkte abgezogen. Hat er selbst auch schon gesagt. Zieht es ihm ab. Hatte jemand anderes eine Idee? So als kleiner Hinweis, Belgien. In Belgien gibt es jeden Monat eine Auszeichnung. Wer zeichnet den Mapper of the Month aus? Na ja, Longshot. Was sagen die Notare? Ich weiß es nicht. Du hast so viele Punkte, das ist falsch. Haben die anderen beiden noch eine Idee? Du brauchst es nicht zeigen. Können wir das einfach überspringen? Nee, der Hinweis wäre nur, er zeichnet dich aus. Ich weiß es. Dann sag es doch mal deinem Nachbarn. Achso, aus Mitleid kann ich gern machen. Der betrügt mich. Ich habe gerade so eine Eingebung gehabt. Drück erst mal. Ich habe gerade eine Einge... Kannst du noch mal sagen? Wer ist möglicherweise Mapper of the Month geworden? Richtig. Um genau zu sein, 2019. Das ist im Februar. Oh, ich darf mir was aussuchen. Oh, ich hätte gern Karten für 500. Das habe ich schon mal gesehen. Ich gebe mal so einen kleinen Hinweis. Wenn ich richtig liege, kommen die Jungs aus Berlin. Aus Potsdam. Sieht möglicherweise die Karte von Komoot so aus. Sehr gut. Potsdam. Verzeihung. Dann hätte ich gern Apps für 300. Was ist das Logo von OpenStreetCam? Richtig. Ich kann hier eigentlich nur die Logos. Ich kann nur die Logos. Geil. Dann gib mir mal Apps für 400, bitte. Wie sieht das Logo von Trails aus? Richtig. Eine Android-App. Dann, weil es lustig war, Apps für 500. Wie sieht das Icon von der Reiseführerserie City2go aus? Die hatten zwei Namen, wenn ich mich nicht... Das ist früher so, oder? Ja, okay. Okay. Ja, machen wir mal voll Apps für 200, bitte. Wie sieht das Logo von der OpenRealMap aus? Richtig. Ja, dann bitte die Apps für 100. Wie sieht das Icon von Gypsys aus? Richtig. Das hätte ich für jedenfalls verwechselt. Dann hätte ich gerne OSMF Working Groups für 300, bitte. Was sind die Mitglieder der OSM OpenStreetMap Foundation Operations Group? Oder... 400, bitte. Wer ist Mitglied in der Membership Working Group und da fehlt tatsächlich jemand? Nämlich ich selber. OSMF Working Groups 200, bitte. Wer ist in der Communications Working Group? Da fehlen die anderen. Ja. Jetzt mach mal was, der holt wieder auf hier. Das ist ja... Sodom 300, bitte. Was ist das Logo der State of the Map in Heidelberg dieses Jahr? Tools 400, bitte. Mit welchem Tool kann man SVG-Dateien rendern, die man auch bearbeiten kann? Was sagen die Null Tage? Ja. Sind verschiedene Sichtweisen auf die gleiche Anwendung. Dann hätte ich gern Tools 500. Was ist der beste Hardcore textbasierter OSM-Editor? Textbasierter Kommando-Zeit. Ja. Da steht überhaupt gar nicht so ein Beste. Stimmt aber trotzdem. Sortium 400, bitte. Was war das Logo der State of the Map in Birmingham 2013? Verdammt. Vor allem mit Ja. So, dann 500, bitte. Was war das Logo der State of the Map in Limerick? Das Jahr steht ja auch noch drauf. Sonst hätte ich nur zwischen zwei raten können. Dann hätte ich gern die Working Group zu 500. Wer sind die Mitglieder der License Working Group? Richtig. Dann bitte Personen für 200, bitte. Wer ist der Entwickler der Overpass-API? Dann bitte Personen für 100. Wer war Geschäftsführer oder ist Geschäftsführer der Geofabrik? Das ist leider nicht richtig. Ja, Frederik schreibt mein ohne C. Wer sind die Autoren des Open-Street-Map-Buchs? Sehr gut. OSMF Working Groups für 100, bitte. War die falsche Kategorie, aber okay. Was war das Logo der State of the Map in Tokio? Im welchen Jahr? 2012. 2012. Wer hat sie alle? Das ist richtig. Working Groups für 100, bitte. Und er hat hier ein, wie heißt das, bei vier gewinnt, fünf gewinnt? Äh, aha. Wer sind die Mitglieder der Sott im Working Group? Ja. Boah. Gut. Ja, dann Tutsch für 100 vielleicht? Schwierig. Was ist ein in C++ geschriebener Renderer? Hallo, Thomas. Gut, gut aufgeholt, ne? Du hast ja die erste gewonnen. Wir müssen jetzt die Punkte aufziehen, ne? Leider habe ich die Krone daheim vergessen. Das war Absicht, das war pure Absicht. Aber Thomas, du kannst dir einfach vorne bei Burger King eine abholen. Ich glaube, wir haben schon so eine. Aber es muss eine Entscheidung getroffen werden. Es wurde schon was vorbereitet und ich habe von den Notaren gehört, dass wir wohl einen neuen König haben. Das heißt, wir gratulieren alle ganz herzlich. Vielen Dank. Aber nächstes Jahr dann ohne Bier, das ist Doping. Jawohl. Ja, vielen Dank. Ich danke auch vielmals. Ich glaube, es hat jedem ein bisschen Spaß gemacht. Es waren auf jeden Fall unterhaltsame Sachen dabei. Und wir haben einen neuen König. Vielen Dank auch an Marc Gehling, der sich das Ganze hier ausgedacht hat. Oh dear. Und das hörnt das nicht gereki so gut. Das ist schwierig. Ich latte das nicht. Das ist schwierig. Danke. 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 Vielen Dank.